Willkommen beim Nachrichtenkanal des VfL Wolfsburg, Ihrer Anlaufstelle, um über alles rund um den VfL Wolfsburg auf dem Laufenden zu bleiben. Bleibt also auf unserem Kanal dran, um keine Details zu Wolfsburg und seinen Spielern zu verpassen. Auch in den kommenden drei Jahren kann der VfL Wolfsburg auf Philipp Schulze bauen, denn der Schlussmann hat seinen Vertrag bei den Grün-Weißen bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Der 20-Jährige kam 2017 von Hannover 96 zu den Wölfen und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Klubs. Insgesamt absolvierte er für die U17 sowie die U19 der Wolfsburger 66 Spiele, 44 für die U17, 22 für die U19 und gehörte bereits einige Male zum Profikada. Vielen Dank für den Spaß an unseren Videos, hier auf dem Nachrichten VfL Wolfsburg Kanal bist du immer informiert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.